Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge oder Runde, wie auch immer, von Bad Wars. Heute mal ein bisschen mit Shader. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Bei mir auch 60 FPS. Ne, ich mein so wegen hier, dieser Sonne hier. Aber die ist da zurück hinter uns. In Shader mache, hab ich bestimmt noch 20 FPS. Mit Aufnahme 5. Ich meinte mit links. Ich hab mit, ohne Aufnahme hab ich 40. Aha. Ja. So, da machen wir mal ein paar Blöcke. Und rüsten schon mal so ein wenig auf, ne? Auf. Nicht auf. Ja, aber ich würde sagen, nein. Mhh, nein. Ich werd mal ganz, ganz kurz mal das Bett ein bisschen einbauen mit den schlechten Blöcken. Nur, dass es ein bisschen schon mal eingebaut ist, ne? So. Da machen wir noch ein paar Blöcke und dann könnten wir so langsam in die Mille. Ja, ich bin schon da. So gut, kommst du auch wieder nach Hause? Oder? So, hier also fortkomm ich, weil ich seh da gerade jemanden aufkommen. Gut, dann mach ich uns schon mal etwas schwerter. Oh, warte, ey, was wird da gefallen? Weil ich kurz meine Ohren habe. Krieg, ich mach's was schwerter. Und die zwei, die zwei. Ach, wo geht's dann hin? Ja, schön, dass er wegsteht. Hier, liegt da. Ich gebe zurück. Oh. Welche Farbe ist das? Grün? Grün hat, glaube ich, ein... Nee, das ist Rot. Nein! Wie hat er mich da getroffen? Weiß ich nicht. Noch Backstack vielleicht? Nö, mit der Faust war das. Und da bin ich übelst weit weggeflogen. Mit der Faust. Ja, nein. Aber was der kann, kann ich vielleicht auch. Vielleicht auch nicht. Ja, das kann natürlich auch sein. Ohne Rüstung, einfach reinlaufen. Das ist ein Schwert, ey. Okay, ein wirklich Schwert. Ja, ich hatte sechs Gold, das hier. Direkt mal das Beste gekauft. Hier ist nochmal vier Gold. Wo ist Rot? Natürlich nicht treffe ich. Rot ist da. Rot hat auf jeden Fall jetzt einen Bogen. Das ist jetzt ein Problem, ne? Wieso treffe ich den nicht, ey? Die Blauen wollen kommen. Ich gehe mal wieder zurück. Ich habe acht Gold. Wieso treffe ich den Geld nicht, ey? Ich schieße voll in den Durchstand zur Zeit, ey. Weiß ich nicht. Also Rot hat auf jeden Fall 100 pro einen Bogen. So. Ich habe aber auch einen Bogen. Da du den Bogen hast, hole ich das Schwert. Ich habe einen roten runter. Okay. Der hat aber keinen. Ich hole mal eine Kiste. Grün hat keinen Notback. Und tu da drei Gold rein. So. Dann holen wir noch das. Grün hat keinen Notback und deswegen bin ich gestorben. Weil ich den von der Brücke die ganze Zeit von der Seite getroffen habe. Keine Ahnung. So. Also. Dass du diese Kiste, dass Dolce in diese Kiste... Ja, aber da ist doch eh nur eine steht. Also ist das doch erstmal egal. Ja, aber trotzdem. Ich höre, weil die kriegen das doch sofort raus, die Sachen. Wir paunen unser Bett ab und haben direkt unsere ganzen Sachen auch, ey. Und wenn wir abhauen, haben wir nichts mehr. So. Warte mal. Ich wollte noch einen Warporder mitbringen. Also mitnehmen. So. Jetzt ist es zu gucken, dass sie hier nicht runtergeschossen werden. Oh. Nein. Der hat unser Weg abgebaut. Die blind. Das verstehe ich sowieso nicht. Wieso man den Weg abbaut. Die bescheuerte Taktik, die ich jemals gesehen habe. Einen Weg abbauen. Kommst du mal? Ja, im Moment. Ich muss erst mal Schwert machen. Und eine Rüstung. So. Hier oben ist noch einer. Ne, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich habe viel Gold. Und die sind richtig viele. Kommst du jetzt mal langsam? Ich habe gesagt, ich muss mir erst mal eine Rüstung machen. Ja, schön, dass du erst mal deine Rüstung machst und der Scheißegal ist. Ja, du brauchst erst mal auch ein Schwert. Ich kann mit Faust nicht so gut kämpfen, wenn die ein Schwert haben. Okay. Ich habe zwei Herzen. Äh, dreieinhalb meine ich. Da kommt einer, da kommt einer, da kommt ein roter. Mit Knockback. Oh Gott. Auf ihn. Ach Gott, ich gehe wieder nach Hause. Ja, mach mach da den Bogen. Ich dachte, du hast einen Bogen. Nein, ich will nicht werden. Oh. Was ist das, mein Hacker? Da wieder der gleiche, den ich innen umgebracht habe. Liegt er. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Blöcke. Ich habe schon wieder auf, ne? Was? Ja, das war wieder der gleiche, den ich eben hatte. Weiß ich doch nicht. Ich brauche noch mal ein bisschen was zu essen. Oh, ich habe schon fast selbst runtergelaufen. So läuft bei mir ja total. Okay, wir versuchen mal in die Mitte zu kommen. Welches Bett war da? Grün lebt also nur noch und unser Bett. Ja, grün ist das auch die ganze Zeit, die wir so nerven. Nochmal viel Gold. Dann hätte ich sieben Gold, ne? Aha. Was mache ich denn? Komm mal in die Mitte. Da kommt einer. Hab den. Okay. Der war bei Rot. Ich komme mal gerade. Ich warte es noch auf eine Ladung ab. Ab bis vor fünfmal irgendwo. Ja, wahrscheinlich von Grün, ne? Gelb hat auch noch einen Typen, der da hinten... Nee, der ist rot. Treffe ich den? Ja, ach, wir lieber hier nicht für die zweite, ne? Guck! Er ist selber runter, er ist selber runter. Aber er ist nicht zu heftig. Mit gar keinen Sachen, die er da hat. Warte, 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 warte. Ich brauche mich nach Hause. Das ist, weil der die ganzen Betten hier abgebaut hat eben. Nee, 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 kann gar nicht sein. Der kann ja nicht an zwei Betten gleichzeitig gewesen sein. Ja, nicht an zwei Betten, aber ich glaube, der hat das andere Bett auch gemacht. Ich weiß nicht, auf jeden Fall... Elf Gold habe ich jetzt. Ich mache mal... Das liegt hier für mich falsch. Ich mache mal einen Stärketrank. Dann haben wir noch vier übrig. Dann könnten wir also noch einen Bogen machen. Äh, die kommen gerade oder noch nicht? Aber komm, den muss ich treffen. Und durch die, durch die gelben... Ich treffe den nie. Ich kann einfach nicht so treffen. Das war auf jeden Fall auch sehr merkwürdig. Die haben auf jeden Fall jetzt wieder Gold, weil du ja nicht in die Mitte mitgekommen bist. Ich bin doch gar gewesen. Komm mal mit dir. Wir gehen jetzt zu den rüber. Witzig. Ich habe gar keine Sachen. Keinen Bogen zumindest. Ja, braucht man doch nicht unbedingt. Aber klar, wenn die einen Bogen haben, muss ich auch einen Bogen haben. Ach Gott, ich habe doch den Bogen. Ich habe auch das Schwert und den Bogen, ne? Ja, und? Die haben einen Stein eingebaut. Ich habe keine gute Spitzhacke dabei. Ja, ich habe keinen guter, aber ich habe eine Spitzhacke. Ich habe das Gold fallen gelassen. Komm, töte den. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich baue mich ein. Nein, ich baue mich nicht ein. Einen getötet. Der andere läuft in die Mitte. Der rennt jetzt noch zu unserem Bett, aber unser Bett ist ja eingebaut. Ja, deren Bett war auch eingebaut. Hab den. So, jetzt sind wir noch gelb. Rot und gelb. Ja, wo sind die denn alle? Da ist rot. Rot ist rechts. Der ist bei gelb, aber. Ich gehe mal eben kurz einen Bogen holen. Die werden ja eh, glaube ich, nichts haben. Komm, ich habe noch stärker dran, ich gehe rüber. Okay, dann gehe ich gleich zu den anderen. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, ob der einen Bogen hat. Ich weiß nicht, ob der einen Bogen hat. Okay, da steht kein Fall. Ja, der Rote ist weg. Okay, dann nur noch gelb. Der ist bestimmt nicht bei uns. Entweder ist er bei grün oder bei rot. Ich denke, dass er bei rot ist. Bei grün waren wir gerade. Dann ist er bei uns vielleicht. Nein, Quatsch ey. Der ist nicht bei rot. Weiß ich nicht. Oder der versteckt sich. Ich hole mal Schafe. Und gehe aber zu uns und hole die Schafe da. Weil, kann doch sein, dass der gerade unser Bett mit der Faust abbaut. Und hier auch mal Schafe. Dann guck mal, ob der irgendwo unten drunter, wo er sich gesnietert und kleine Blöcke hat oder so. Okay, bei uns ist der auf jeden Fall nicht. So, dann hole ich mal eine wunderschöne Sophia. Die habe ich auch geholt. So. Die rennt auf jeden Fall Richtung Mitte. Die Sophia. Meine rennt hier runter. Die ist bei uns. Die ist hier runtergelaufen. Ich hole mal noch ein paar mehr, falls sie jetzt gerade doof waren, hier zu laufen. Ja, aber dafür liebe ich diese Dinger ja, ne. Wenn die aber unten... Nein, die läuft direkt hier runter. Ne, jetzt läuft die nicht runter. Ist die in der Mitte unten auf dem Boden? Das kann natürlich sein, ne. Ne, die geht zu gelb. Ich sehe die, ich sehe die, ich sehe die. Pass auf, das Schaf geht gleich in die Luft, ne. Also warte. Ich sehe die, ich sehe die. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Ich habe die gesehen. Oh, jetzt war gut nur eine Rettungsplattform, ne. Ich habe... Wir haben mir einfach alle... Weißt du was ich jetzt mache? Ich mache jetzt, ich mache jetzt MLG, warte. Mach bitte noch nichts. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Unten. Ich mache MLG. Hoffentlich klappt das jetzt. Denise, guck. MLG. Okay. Ja, ich musste das machen, weil ich kann mich ja nicht da runter bauen. Ja. Ich bin auch noch so dumm, ich springe hinterher. Die hätte auch einen Bock an können und beide runterkriegen. Nein, nein, der hatte gar nichts, war ja die ganze Zeit da unten. Ja, wussten wir doch nicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Und ich bin gespannt, wie viele Dislikes dieses Video heute kriegen wird. Ach Gott, ey. Wenn da wieder dieselben Typen sind oder ein Fehler, schweiß ich nicht. Ich habe es nicht direkt gelöscht. Ja, du hast es privat gestellt. Okay, dann halt so. So, dann macht es gut. Bis dann. Tschüss. Bye.